Es geht im Fußball nicht um Lehren ziehen, also ich kann ja nicht nach jedem Spiel Lehren ziehen, weil dann bin ich ja nur noch am Lehren ziehen, weil Fußball ist ein Fehlersport, darum geht es. Aber es gibt Sachen, die, wenn sie nicht umgesetzt werden, haben wir in der Bundesliga nicht zu suchen und so deutlich muss man es auch ansprechen. Es gibt Sachen, die uns stark gemacht haben und es gibt Sachen, die uns über langen Zeitraum immer wieder, ich sage jetzt mal, in die Bedrohung bringen. Und wenn wir das nicht begreifen, dann haben wir ein Riesenproblem. Dass wir dieses Jahr ein ganz schweres Jahr haben, das betone ich nicht nur einmal, sondern das wird ein Abstiegskampf bis zum letzten Tag, das muss jedem klar sein. Und für uns ist jedes Spiel ein Endspiel. Und das nicht nur im DFB-Pokal, sondern auch in der Liga. Und das sind Endspiele, die bedeuten, dass ich dann nur diese eine Chance in diesem Spiel habe. Und wenn ich die so wegwerfe wie in Leipzig, und das hat nichts damit zu tun, dass ich in Leipzig verlieren kann, das hat etwas damit zu tun, dass ich aus meiner Sicht ein gutes Torverhältnis habe und das auch außer Hand gegeben habe. Durch Sachen, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Und ich bin jemand, der, glaube ich, lange hinter den Jungs steht und auch immer noch hinter den Jungs steht, aber irgendwann ist ja noch Feierabend. Und irgendwann geht es darum, dass sich das, was hier gefordert wird und eingefordert wird, auch zu machen ist. Und wenn das einige nicht umsetzen können, dann muss ich noch deutlicher werden. Und ich glaube, ich habe eine sehr deutliche Sprache. Da muss es halt noch deutlicher gehen. Und wer das nicht begreift, da muss man halt auch mal Ihnen erklären, was Bundesliga bedeutet. Und Bundesliga ist die höchste Liga, ist das, wofür wir alle arbeiten, ist das, wo wir stolz drauf sein können, wenn du dabei sein darfst. Und das erwarte ich, das zu sehen. Und da erwarte ich nicht fünf Minuten vor der Halbzeit, dass wir die Köpfe hängen lassen und aufhören. Und das ist einfach so. Und da werde ich relativ deutlich sein, so wie ich es jetzt auch bin, weil es gibt dann Sachen, die im Fußball nicht dazugehören. Es gehören Niederlagen dazu, es gehören Fehler dazu. Damit müssen wir umgehen, das kann man aufarbeiten. Was man nicht aufarbeiten kann, ist Körpersprache. Und ich habe zum ersten Mal in diesen zweieinhalb Jahren, in dem ich hier sein darf, so eine Körpersprache erlebt. Und da bin ich genau der Falsche. Und das versuche ich den Jungs nachher. Ich hoffe, sehr ruhig und sachlich rüber zu kommen. Wir suchen jetzt keine Gründe bei anderen. Es geht um Körpersprache. Dass ich in Leipzig eine Arsch voll kriegen kann, okay. Das habe ich in Dortmund gekriegt, dass ich gegen Leverkusen in gewissen Phasen des Spiels unterlegen bin. Alles gut. Aber es geht um Körpersprache. Und Körpersprache, Einstellung, Mentalität gehört im Fußball immer dazu. Ob ich 3-0 verliere oder 3-0 gewinne. Und wenn ich die nicht auf den Platz bringe, dann habe ich ein Problem. Ich habe ein Problem damit. Weil dafür war ich ein Spieler, der nur darüber Erfolg hatte. Und das glaube ich auch, dass ich das als Trainer verkörper. Und wenn ich eine Mannschaft habe, die dann die Körpersprache nicht an den Tag legt, dann bin ich das wirklich, und das sage ich genauso deutlich, wirklich irgendwann mal angepisst. Und das war ich von meinen Jungs bisher noch nicht. Aber das ist einfach das, wo ich sage, bis da und dann nicht weiter. Weil dafür stehe ich nicht. Dafür will ich nicht stehen. Und ich nehme alles mit. Ich nehme Unterlegenheit mit. Ich nehme Defizite mit. Ich nehme meinetwegen auch, dass wir nicht alles richtig machen, mit. Was ich nicht mitmache ist, wenn keiner weiß, worum es geht. Und hier geht es um eine ganze Menge. Und das hat nichts mit dem Spiel Leipzig zu tun. Das hat was damit zu tun. Und da bleibe ich bei. Wir haben jedes Spiel zu 100 Prozent anzugehen. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann ist es der falsche Weg. Und ich würde gerne diesen Weg nicht einschlagen, sondern ich würde diesen Weg einschlagen, was die Jungs über zweieinhalb Jahre gebracht haben, dass sie sich in jedem Spiel, egal wie es ausgegangen ist, sich den Arsch aufgerissen haben bis zum Ende. Und das habe ich in Leipzig nicht gesehen. Und das ist auch meine große Enttäuschung. Und das ist auch meine große Enttäuschung.